Hey, ich bin Repeat. Halt die Flasche. Zwei Fragen an euch. Hier ist Snoop Dogg. Würde der auch auf die Beats von David Guetta rappen, würde Tupac noch leben. Und wenn Tupac noch leben würde, würde er auch auf die Beats von David Guetta rappen. Ich weiß es nicht. Kommt mal mit. Ja, komm mal mit, komm mal mit. Ich komm zu deiner Party nur wenn ich mit Honig da hasse. Ich bin mehr so der Kuschelbär während alle voll am Start sind. Das ist easy mit Rebate im VIP-Bereich. Gib ich literweise wie damals und die Tequila rein. Denn ich bin gut erzogen. Ich fühl mich gut dabei. Ich bin ein guter Werber. Meine beste Lupin rein. Alles was ich heute brauch ist ne heiße Tasse Tee. Ein Platzspieler, Kerzenlicht und alles ist okay. Hey, Kukuku. Ich bin dein Kukuku. Du bist mein Kukuku. Ich bin dein Kuschelbär. Kukuku. Er ist ihr Kukuku. Sie ist sein Kukuku. Ich bin dein Kuschelbär. Musik zum Relaxen. Das ist der Haus-Party-Sound. Kevin treibt es trotz Freundin mit Laura auf. Alice Kauf. Alle höre David Guetta. Und neuerdings auch Casper. Denn der Typ, der rappt ja besser klar als all die anderen Rapper. Und um Underground zu sein, hört man jetzt bei Kraft so rein. Gut, die Charten zwar auf 1, aber hey, die sind voll geil. Ihr habt alle keine Ahnung, Leute. Besser, wenn ich geh. Weil ich schlechte Laune kriege, wenn ich seh, was ich seh. Ey. Kukuku. Ich bin dein Kukuku. Du bist mein Kukuku. Ich bin dein Kuschelbär. Kukuku. Er ist ihr Kukuku. Sie ist sein Kukuku. Ich bin dein Kuschelbär. Kukuku. Ich bin dein Kukuku. Du bist mein Kukuku. Ich bin dein Kuschelbär. Kukuku. Er ist ihr Kukuku. Sie ist sein Kukuku. Ich bin dein Kuschelbär. Musik Musik